Musik Wir hatten ja gerade den Workshop von Einstein mit Maren Schee und Stefan Kania. Genau, und ich fand es war sehr, sehr schön, weil dieses Zusammenkommen, also wir haben zwei Tage musikalisch geprobt, jeder hat seine Sachen gemacht. Musik Das Schönste war eigentlich, dass dann beim Reading zusammenkam, wovon die einzelnen Personen gesprochen haben, weil die einen haben gesagt, aha, es ist so witzig, die anderen haben gesagt, was, eigentlich ist es doch total traurig. Und dann heute Morgen zu sehen, was das Gesamte ist, das war schon toll, also wo jeder seine Baustelle hatte und was dann zusammenkam, jetzt schon. Wir freuen uns, wenn die Proben anfangen und wir dann da noch schön weiter justieren. Ich fand es auch ganz, ganz toll, dass die, dass die gleichen Gäste immer wieder kommen und dann, dass man plötzlich andere Rollen spielt und dass jetzt Julia und ich auch mal zusammen in einem Stück spielen dürfen, was wir ja vorher noch nie gemacht haben. Aber jetzt so, so andere Leute wie Chris zum Beispiel oder... Oder Chris. Oder der andere Chris. Oder Christian. Oder Leon. Ja, stimmt, Leon. Ja. Toll. Da freuen wir uns drauf. Und die Musik ist da wahnsinnig. Und jetzt gehst du, ungerührt und herzlos. Du willst es kurz und schmerzlos, ein Schlag in mein Gesicht. Du bist so kalt, so seelenlos und grausam. Du gehst und akzeptierst, dass eine Welt in mir zerbricht. Weißt du noch zwei Professoren, alles neu zusammen sehen, alles nur gemeinsam denken, ungeahnte Wege gehen. Wir wollten alles teilen, jeden Atemzug und Schritt. Du schaust mich an, du drehst dich um, du gehst und nimmst mein Leben mit. Und die Welt und ihr wiederum, das ist Ch Herrn Tanke andhalten. Ja, ich habe die Welt in mir geschw JDT, wenn ich in mir helfen. $1000. Untertitelung des ZDF, 2020